foul ist wieder da bedeutet wir reagieren auf alexander raue vermieter tagebuch aka verlierer tagebuch er hat sein fault hier aus dem hintergrund entfernt wahrscheinlich weil er auch dieses video hier mal wieder sieht grüße gehen raus nach costa rica lass mal deinen kollegen wieder mal erscheinen im hintergrund ist glaube ich gerade in deutschland so wie es ausschaut brisant csu benutzte selben deutschland spruch keine strafe damit meint er wahrscheinlich den ausruf von björn höcke alles für deutschland ein leitspruch der sa verboten nach paragraf 86 a stgb und mal schauen wir das dahin schwirbelt vorgestern wurde der afd spitzenkandidat björn höcke für seinen doppel wo ist der spitzenkandidat höcke übrigens hat das wohl wissen rausgebrüllt er ist ja auch geschichtslehrer deutschland spruch zu 13.000 euro strafe verurteilt aber jetzt könnte es zu einer 180 grad wendung kommen weil die csu politiker bereits vor ihm genau denselben spruch benutzt haben das ändert strafrechtlich überhaupt nichts überhaupt nicht nur weil ein anderer einen mord begeht heißt noch lange nicht dass du dann auch ein begehen darfst um es mal ganz krass auszudrücken und dafür keine strafe bekommen haben schauen wir uns die details mal an los geht's deutschland ist wirklich das allergrößte kasperle theater und aktuell sehen das ganze live an dem gerichtsprozess von björn höcke und das juizsystem macht sich komplett lächerlich nicht nur wird die unschuldsvermutung komplett außer kraft gesetzt sondern es wird auch der glauben vom richter ohne beweise höher bewertet als die eidesstattliche aussage des angeklagten und also hat höcke eidesstattlich ausgesagt das bezweifle ich mal dass es stattgefunden hat bereits das ist ja schon eine riesengroße frech strafbarkeit ist abhängig vom kontext der benutzung so ist es halt für unser justizsystem und hat absolut nicht meine selbst blue tiger hat das ja in einem stream geprüllt darauf habe ich hingewiesen er hat dann gesagt er zeigt mich an wegen verleumdung hat er wohl auch gemacht interessanterweise hat er es bei hugo im stream dann zugegeben als ihm quasi die pistole auf die brust gesetzt worden ist und dann wurde er gefragt ob er das in seinem stream gesagt hat man dann ja ganz klein laut jahr gesagt strafbar paragraf 86 a stgb lieber blue tiger nichts mehr mit einem seriösen rechtsstaat zu tun aber meine lieben zuschauer es kommt sogar noch härter weil gestern kam nämlich heraus dass die csu genau denselben spruch in der öffentlichkeit gesagt hat für den höcke jetzt verurteilt wurde aber die csu ging dafür völlig straffrei aus und wurde noch nicht mal angeklagt ja wann war denn das vielleicht ist noch nicht verjährt und bevor wir uns die details dazu anschauen noch eine kurze klarstellung zu meinem video von gestern weil gestern in dem video war mir nämlich ein kleiner fehler unterlaufen ich sagte dass höcke zu 130.000 euro strafe verurteilt wurden und in wirklichkeit waren es nur 13.000 euro ich hatte aus versehen eine null zu viel abgetippt und ich bitte euch mit diesen kleinen fehler zu verzeihen sonst wenn immer wieder so kleinen fehler zu geben auch von seinen ganzen videos schwachsinn sind aber jetzt wo diese große problem aus der welt ist kommen wir zu dem aktuellen fall mit dem csu politiker beziehungspolitikerin weil es handelt sich um die csu politikerin dorothea bär und diese frau übrigens auch medienpolitikerin sehr nett ist keine unbedeutende politikerin aus irgendeiner kleinen sie war mal auch csu generalsekretärin oder gemeinde aus der vierten oder fünften reihe sondern in der csu ein richtig hohes tier wikipedia sagt dorothea bär ist eine deutsche politikerin der csu sie gehört seit 2002 dem deutschen bundestag an und ist seit dezember 21 eine stellvertretende vorsitzende der cdu csu bundestagsfraktion von 2018 bis 21 war sie stellvertretende fraktionschefin und staatsministerin war sie unter merkel ministerin bei der bundeskanzlerin merkel sowie beauftragte der bundesregierung für digitalisierung im kabinett merkel 4 ihr seht also das ist eine richtig wichtige politikerin und genau diese frau hat am 2 februar 2018 um 11 uhr 34 vormittag 2018 seit fünf jahren verjährung ist also verjährt folgendes auf twitter gepostet sie schrieb alles für deutschland und dahinter eine deutschland flagge das ist im kontext etwas anderes allein diese farben machen es schon anders also genau derselbe spruch wofür höcke jetzt zu 13.000 euro strafe verurteilt wurde und dorothea hat diesen twitter post dann irgendwann heimlich gelöscht aber ihr kennt ja den spruch das internet vergisst nie und im webarchiv von twitter kann man diesen spruch ohne probleme finden und jetzt könnte man natürlich denken hey wenn diese frau diesen bösen spruch schon 2018 verwendete dann wird sie ja sicherlich auch angezeigt und zu einer hohen geldstrafe verurteilt worden es ist ein ganz anderer kontext das ist kompletter unsinn sein aber nein nichts da diese frau hat weder eine strafanzeige bekommen noch wurde sie verurteilt wenn sie keine strafanzeige bekommen hat dann ist auch unwahrscheinlich dass sie verurteilt wird weil einfach die behörden keine kenntnis davon hatten um es einschätzen zu können und mittlerweile ist es verjährt zumindest ist dazu nichts bekannt und deswegen muss man doch jetzt mal die richtig kritische frage stellen wieso kann eine csu politikerin diesen alles für deutschland spruch bringen und bekommt dafür keine strafe aber wenn das gleiche ein afd politiker macht dann wird er sofort zu 13.000 euro strafe verurteilt nein höcker hat genau sowas nicht gemacht höcker hat auf einer versammlung wohlwissend was für ein spruch er dort ruft habe ich zweimal sogar das geprüllt in seinem rassistischen kontext unserem faschistoiden verhalten also das ist halt komplett kompletter unsinn dass dass man das in irgendwelchen weise selbst das vergleichen ist nicht möglich gleichsetzen ähnlich das vielleicht daran weil die frau bär auf unterschieden von ja er wusste es ja zur provokation dafür gibt es halt die strafe frau ist liegt das vielleicht daran weil sie damals in der regierungspartei war oder liegt das einfach daran dass wir in deutschland mittlerweile selbst in der justiz ein zwei klassensystem haben wo die altparteien alles sagen dürfen aber die afd für genau die gleichen aussagen dann verurteilt wird ihr seht also dieser ganze strafprozess um höcke wird immer lächerlicher es wird zu einem riesengroßen skandal für das deutsche justizsystem und deutschland macht sich komplett lächerlich und ist ja auch völlig egal was man vom höcke denkt ob man den gut findet oder nicht hier geht es einfach um die unabhängigkeit unseres justizsystems und dieser prozess zeigt eindeutig dass wir in deutschland ein zweiklassensystem haben wo es bürger erster und zweiter klasse gibt gehörst du zu den altparteien bist du ein bürger erster klasse und bist du ein freund der afd bist du ein bürger zweiter klasse und das ist wirklich die allergrößte heucheleide altparteien wenn du zum beispiel einfach einfach nur dem land schaden auch auch raum einfach nur dabei dem land zu schaden e-sports strategie dankeschön der trans frau als mann anspricht wirst du sofort wegen diskriminierung direkt zu 10.000 euro strafe verurteilt wenn aber ein politiker wegen seiner parteizugierigkeit diskriminiert wird dann ist das plötzlich egal und wie gesagt das ist nicht nur komplett lächerlich sondern das ist illegal und verstößt sogar gegen das deutsche grundgesetz schwachsinn im grundgesetz der bundesrepublik deutschland steht im artikel 3 absatz 1 und 3 ja warum hat er das ja nicht angezeigt das ist es war im februar noch nicht verjährt oder wobei 2000 doch es ist schon lange verjährt alle menschen sind vor dem gesetz gleich niemand darf wegen seinem geschlecht abstammung rasse sprache heimat herkunft glaubens religiöser und politischer anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden das stets ganz genau niemand darf wegen seiner politischen anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden aber genau das ist hier passiert höcke wird für einen satz verurteilt und doritär pair bekommt für genau denselben satz keine strafe und deswegen gibt es eigentlich nur zwei mögliche optionen erstens die csu frau dorothea bär der wird ebenfalls der prozess gemacht und sie wird ebenfalls zu 13.000 euro strafe verurteilt oder zwei also das ist so dumm das gibt jetzt eine 180 grad wende und das urteil gegen höcke wird wieder aufgehoben so wie das aktuell ist kann es auf gar keinen fall stehen bleiben weil selbst die sozialpolitiker diesen massiven verstoß gegen die diskriminierung und gegen den gleichbehandlungsgesetz im grundgesetz das können sie einfach nicht mehr schön reden man kann ja auch nicht argumentieren ja das eine kannst du im kontext sehen das andere nicht dort ist der kontext wichtig dort nicht weil es ist nämlich völlig unabhängiger ob du jetzt diesen deutschland spruch auf einer wahlveranstaltung vor 1000 leuten sagst oder ob du ihn vor twitter vor zehntausend leuten sagst beides war in der öffentlichkeit und da müsst ihr mal in die kommentare eingehen das ist so dumm und er wird aufhetzt also das ist der komplette ich brauche gar nicht weiter schauen es ist kompletter schwachsinn der dort redet es ist kompletter schwachsinn er vergleicht äpfel mit bürnen er will nur hetzen und diese ganzen idioten die liken dass das das video hat 360.000 aufrufe 360.000 aufrufe hat er wieder drei viertausend euro verdient mit sondern mit so einem müll es geht nur ums geld und und die leute die ihm die ihn feiern die sind genauso dumm also er ist nicht dumm er macht das ja das geld deswegen aber die leute die ihm folgen sind vollidioten unglaubliche vollidioten schlimm